und herzlich willkommen zurück bei minecraft minecraft ja wir ich habe die pause wenn ich benutze um hier ein paar dinge zu machen bestimmt nope habe ich nicht die länger kurz liegen und ich renne jetzt mal wieder kurz zu meiner truhe und dann gehen wir dann halt war ein bisschen holz abhauen so jetzt verschieben verschieben fackeln bräuchte mache ich auch noch kurz dann mal ein paar erschieben verschieben erschieben brauche ich nicht brauche ich auch nicht so auch nicht und das brauche ich erst recht nicht so wir können jetzt wieder ich glaube ich mache noch ich mache noch eine axt also wir hauen jetzt schon ein bisschen viel das könnte sein dass wir die folge wirklich nur mit nur mit bäume fällen verbringen also ich warne euch nur vor ne also ihr habt jetzt immer noch die chance abzuhauen und dann lebewohl schock sie sagen sozusagen fackeln falls wir ein irgendwas sehen eine eine höhe oder so so und wir gelaufen dahin ist mein gehen auch ein bisschen rein in den wald damit es nicht alle mal wir können doch ein eigen theoretisch haben wir fichten holz setzt dinge haben wir das auch das ist ein eigenes ding ich bräuchte aber ein fichtensetzling könnten wir die doch gleich wieder einpflanzen was das ich habe echt kein fichtensetzling naja schade so einfach hier reinspringen und dann gehen wir auf unsere reise ich komme noch mal kurz zu jesus zurück und zwar der hat die auch so eine etwas speziellen kräftiger deswegen war ja auch so cool beziehungsweise voll der oberhit man und es war dazu extra in der stimme ich hätte gesagt irgendwas das für ein kind nee das war dann habe ich aufgehört so wir gehen rein hier in den winter ins winterland winterwald des grüßen und bauen ja fröhlich froh die ganzen bäume ab da komme ich nicht mehr hoch na dann machen wir halt so naja für ein steck machen wir doch alles so immer hier die der mir umlegen ja scheiß warte zack judy hier hoch perfekt und deswegen war er halt so cool dieser jesus und dann fragt man sich auch bestimmt habt ihr euch selber hat so die frage gestellt welche super kräfte hätte ich denn gerne auch also jesus hat jetzt zum beispiel unser störbarkeit hatte er hatte er jetzt nicht drinnen weiß ich aber zum beispiel konnte er übers wasser gehen beziehungsweise konnte andere menschen ist ja auch eine super händen tat was so nimmt so und das ganze heilt ach da war ich auch schon da habe ich ja meine okay ich kann mich daran erinnern okay sagt auch bin dumm dass hier und er hat runterjagen bin so hatte alle ich bin ja hier um so jetzt hallöchen schaufe 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 keine schaufe was sind das da wir haben ja viele äxtre ist heißt dass wir auch manchmal mit ein so mit einer axt die jahre abholzen können mit diese abern können ist ja alles kein problem für uns und ja beim oder ist schon alles fertig bei mir war halt auch schon so habe ich gesagt okay was sind denn so viel super ich wollte auch schon immer so fliegen von alleine fliegen wirst du also jetzt also so fliegen nicht nur mit einem flugzeug oder so sondern auch mal richtig so fliegen können das wäre auch recht cool aber geht nicht ich also geht es schade habe ich mir sagt cool und unsterblichkeits mod oder so 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 ein superkraft nicht zu sterben wäre ja auch recht cool aber ist auch immer noch cool aber habe ich also gedacht auch so dann im späteren leben ein gedanken lesen super also super super kraft wo man von anderen menschen die gedanken lesen kann ich glaube das ist doch mit die beste oder mit die beste super kraft weil wie oft fragt man sich denn zum beispiel ist zum beispiel auch nützlich in der schule das ist dann so ein kleiner spicker man hat man hat nicht gelernt dann kann man in die anderen gedanken reingucken weil in so ein schlaues mädchen zum beispiel oder so und dann denkt die so vor sich hin und man kann ihre gedanken für sich nehmen zum einen das ganze das andere ist wenn man zum beispiel so ein geschäftstreff oder so hat mit mit einer freundin oder so unterwegs ist kann man einfach mal ein loschen was sie denkt und dann sieht man ja okay sie ist von mir angetan oder der chef ist bei mir eindruck oder die haben keinen bock mehr auf mich so nah dann kann ich auch nämlich das ändern oder ich bleibe so leider gibt es aber auch nicht aber dieses bekam wird der aber das muss ich sagen die die befeiert wenn einer so sowas hätte ja da eigentlich ja da so noch ist richtig wir wollten ein paar erdinger dinge abholen stimmt da hast du recht und ja das ist noch so viel super kraft super kraft oder ganz schnell sein oder so das wir auch gell aber sowas gibt es leider nicht nur im trick film aber ich würde mich doch ich würde gerne von anderen menschen die gedanken lesen können ich weiß das ist zwar ihrer privatsphäre nicht entsprechend und das würde ihre ihre privatsphäre stören das ist auch nicht so rechtlich glaube ich aber einfach mal so in die gedanken reingehen und man schauen okay was denkt der typ gerade so habe ich ihn weiter hier abholzen und ja ach so ja und mit der super kraft zum beispiel ne ich glaube aber heutzutage geht das auch gar nicht mehr auch so mit der super kraft ich glaube wenn man so eine super kraft besitzen würde würde das sich viel schnell herum breiten und er hat eine super kraft und dann konnte auch in den fersen sondern wird noch darauf dazu aufmerksam und ich glaube wenn man halt so fliegen könnte oder so würde man auch nicht so lange leben ist es würde man dann geht eher gekillt werden entweder wenn man als in der usa als terrorist angesehen wird dass ihr halt denken ich er mann fliegt mit dem körper in so ein hohes gebäude rein oder halt das ist ein auftrag so auftragskiller halt denn halt sagt oder die halt so sagen der muss vernichtet werden der ist nur schädlich für unsere gesellschaft für unsere wirtschaft und 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 also das zu der sache okay ich glaube auch so ein super held oder so ein ja super kraft haben die haben bestimmt auch immer noch ja ein bisschen mehr mehr power oder die sterben halt später beziehungsweise die können halt mehr aushalten das ist aber auch nur so in einem vor ort weiter weil ich bin echt tot hat mich gerade erschreckt ich habe richtig gezuckt mach den scheiß mit mir junge so ein apfel essen haben wir auch gesund dann lädt sie unsere lebensanzeigen auch schon wieder auf so ich hoffe man muss dass wir das ja auch richtig zurückfinden müssen wir aber eigentlich ich gucke mal kurz wir haben fast zwei stacks voll ich wollte eigentlich drei haben mit drei nach hause also wir sind immer noch ein bisschen hier dann und zwar sind wir immer noch am haus bauen nach dem haus bauen bleiben wir trotzdem beim haus und zwar müssen wir also das dauert auch also mit dem haus da schätze ich doch dass es wird noch ein bisschen lange geht wegen der ganzen sache auch mit mit dachboden mit keller mit und das und jenes und dann muss man ja auch noch dann also man denkt sich bestimmt immer immer wieder was neues fällt dann ein oder so und das ist ja auch man kommt gleich sehr schwer weg und die eine sache doch das kann ich dann mal wegschmeißen hier wo es ist das ist denn mit der nächstes dick wohl warte mal so das kann hier weg so hier nehmen wir so ein eichensetzling mit haha und dann und dann wollen wir hier weiter so jetzt schimpf skelett ja skelett stürb stürb du hurensohn dein motherfucker dein du bist tot als er sich kennt ist und insider von gegen großkreuz großkreuz ist also ein fußespieler da muss ich auch sagen da kommen ja auch auf die ob das das thema mit dem golden um beate zu sprechen mit joko und klas kennt ihr die joko und klas bestimmte so zeit ich feiere die auch ich glaube ich auch auch ihr müsste ich glaube ihr feiert die auch so sehr also es ist weil die haben auch ja die schämen sich nicht für getan die machen das bei die machen dies und jenes bei wenn ich du wäre da würde man sich als normaler mensch würde sagen oder auch so kampf um die welt zum beispiel auch letztes letztes mal erst das finale äh halt sich oder also von so einem turm runterspringen ok das hat dann im endeffekt hat es dann klas auch nicht mehr gemacht aber trotzdem ja ja warum und auch auf sich so so in so eine gefahr zu begeben ist ja dann doch recht angsteinwürgen bedrückend das ganze aber was die aus ihm einfallen lassen und so ist echt nicht schlecht und ich kenne die auch wirklich schon seit 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 seitdem wir auch lieber sind aber da heute da habe ich das damals auch noch gar nicht so richtig geguckt oder mit mitverfolgt bloß ich gucke jetzt auch wirklich noch youtube ganzen ehemaligen viva folgen noch von denen also als ich zum beispiel dann mal also als sie dann zum beispiel mal bei der venus waren oder schon zweitmal bei der venus und so oder 2010 als das eine spiel war oder so aber ich bin letztes alles angeschauten die mussten halt nicht die durften halt nicht gucken ob jeder hat eigentlich mehr das ging eigentlich noch das ist halt so aushalten wir haben halt auch so mehrere spiele naja gut shit happens jetzt bin ich unten jetzt muss ich mir ja auch einmal einen weg hier darf dadurch hier hier durch sparen so einmal hier paar und hier geht es nicht weiter paar fackeln hinstellen das war sehr schlau bin ich denn hier oder war hier war ich schon mal ist das hier dieses ist das hier das arschloch das popoloch von das hunde popoloch nee ach hier ist die schlucht hier wo ich letztens erst so cool abgebaut habe dann kam ich doch hier runter genau bin ich hier noch weiter gegangen aber jetzt war ich ja hier alter ist die groß ja da müssen wir eh mal gucken fix mich nicht fix mich nicht so hm ich gehe aber trotzdem nochmal hoch jetzt hier aber später habe ich auf dann okay ich wollte gerade schon sagen 9 haha aber später habe ich ja ganz hinten so dann bauen wir auch gleich mal ein bisschen kohle hier ab die kann ich auch gar nicht mitnehmen warte mal was was schmeißen wir da weg ach Erde Erde können wir immer weg damit Eisen können wir eigentlich auch rein tue ich auch schon abbauen schon ja ich glaube die leute wir machen bald wirklich auch mal so einfach mal eine äh höhlensafari falls es euch auch wirklich so mal keinen spaß macht oder so nur die ganze zeit hier die häuser anzuschauen und ich muss auch selber sagen ähm mit der höhle mit mit so einer höhlensafari macht glaube ich auch nur dann spaß wenn man immer dabei ist ich glaube wenn man jetzt hat das so nachschaut und dann schon weiß okay da sind schon andere folgen da dann glaube ich dann ähm verschiebt man das auch eigentlich glaube ich jedenfalls also dass man halt so denkt okay das muss ich mir zum beispiel nicht mit anschauen so denken glaube ich auch paar leute also ich denke so selber wenn ich paar andere jetzt player youtube anschaue die minecraft zum beispiel spielen wenn ich das dann halt sprich im nachhinein auch dann gucke erst wobei dazu sagen so was schmeiße ich hier weg warte mal meine spitzhacke gibt ja eh gleich den geist auf ach ja haben wir noch kohle deswegen oh er hat mir einen neuen weg freigeschaltet ähm ja creeper schon glaube ich der fünfte oder dritte oder so in dieser aufnahme aufnahme session so muss ich noch mal kurz mal gucken dann war nicht noch mal den weg hier mal so durch nun so ein extra weg runter weiß nein da war falsch so so jawoll jetzt haben wir es was hier ist ja auch nichts mensch schlau von mir hier hoch kurz hier ja ganze kohle wir abbauen und hier haben wir 19 minuten äh ja dann muss ich aber auch wieder schon weil wir leider sagen macht's gut haha der abschied ist immer schwer ich weiß ich weiß so im nächsten part kann ich euch schon mal verraten habe ich keine ahnung bestimmt machen wir den fußbund weiter oder so mal mal schauen ich will da ran so da die spitzhacke eh jetzt weg ist ne wie war das so kann ich auch diesen äh das ganze eisen schon einsammeln und ich bleib hier ein bisschen unten mal ich bleib hier weiter unten he 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 so und zwar haben wir hier nochmal eisen wir kamen ja von hier oben so wir könnten auch rein theoretisch dann da ja weiter gehen ist auch kein problem also da wo wir wo wir eh die schlucht hatten naja da sind das ein creeper creeper man na komm los komm ah attacke so weg ist er wir gehen jetzt noch ein bisschen tiefer hier runter und schauen einfach mal nach was hier so unten alles ist wir werden hundertprozentig sterben ich weiß aber die entdecker die entdeckersucht neues land neues gebiet neue höhlen entdecken ist natürlich riesengroß so jetzt aber pss 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 die spinne höre ich ich höre sie aber sie mich nicht sie sieht nur die ganzen fackeln mehr nicht ablenkungsmanöver andere richtung da ist sie pss 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 ganz langsam Karin jetzt attacke der epische kampf geht mit dem letzten schlag des Schwertes zu ende und wir haben es geschafft und wir sind mit alter ist die hülle groß ich leuchte mal nicht mehr aus damit ich dann weiß dass ich nach was abbauen muss und wo das lawa und 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 ich muss jetzt noch kurz immer gucken wo ich rauskomme rauskommen kann alter alter obwohl da hinten kann man raus ach ja wir haben noch ein bisschen viel zeit mit viel spaß können wir verbringen in der höhle aber dazu muss ich dann wieder sagen dann brauche ich brauche erst wirklich mit eisen rüstung mit eisenschwert und 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 falls wir das echt durchziehen mal so eine kleine höhlen erkundung zuzumachen wir noch mal hier die höhle die wir hier haben noch ein wenig zu erkunden so kann man hier wie hoch die behandelt wie konnte man das ihnen konnte man das nicht machen schade aber so kann man die hoch oder außerdem sollen wir haben wollte ich auch mal so bin ich denn überhaupt ach hier stimmt genau und jetzt weiß ich schon wir liegen wieder richtig gut in der zeit hoch 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 nach dann kann ich ja schon warte mal warte mal doch 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 warte mal ich habe überlegt aber doch wir machen das ist einmal so lecker und lässig dass wir hier wieder alles verschieben 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 so viele spitzer kann man doch nicht gebraucht so eisen kann auch erstmal weg dann können wir nämlich auch jetzt schon mal den das recht ist das restliche pflaster die restliche obwohl ich weiß gar nicht ob ich doch dieses pflasterschein auch noch so lasse oder auch schon reinbringen aber das ist restliche eisen kann ich ja schon mal schmelzen so ich verstehe immer noch nicht ob warum ich manchmal nicht so schritten kann und manchmal gibt es einfach so locker verstehe ich auch manchmal noch nicht ich kann aber eine angel machen wir können ja mal angehen als auch erst später 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 alles erst mal später so eine eisending ist aber viel eisen so ich wollte ich jetzt ja ich wollte ja eh so das kann jetzt einfach ein bisschen dauern wie geht es euch denn liebe zuschauer habt ihr dann auch immer noch spaß wir waren ja fast drei stecks zwei und dreiviertel so kann ich mal sagen das müsste aber gut ausreichend jetzt erstmal unser haus ist ja eh groß also ich lasse es aber erstmal noch so vielleicht kann ich brauche ich ja noch die anderen holzbaren noch um ihre pflichten holz normalen pflichten holz da so sagen wir das hier schon mal dann machen wir das auch hier in diesen paar noch den boden hier schon mal hier zu machen aber dann muss ich mich jetzt wirklich verabschieden von euch also dann ja dann dann hilft auch kein gewinnsel mehr oder so weil sonst würde würde das video schon wieder um die drei stunden hochladen das will ich ja nicht aber da sieht auch wie schnell das ficht was wir alle geht ne so ein 64er stack ist dann ganz schnell ich glaube ich war es ist gut es war vielleicht kein 64er stack aber so ähnlich und dann sieht man halt das geht recht schnell alles hier weg dann nur für den fußbund zum beispiel zwar sieht das ende ergebnis an groß aber trotzdem ist doch eine menge wir brauchen um maß dazu bitte dafür und maß du bist denn oiz abweg monsieur je t'aime je veux faci ne je veux ach keine ahnung ich kann kein französisch ist durch die Brot zu riechen so aber sind die Sitzel und schon mehr das immer noch kurz das machen wir auch schon weg das dann so hoch zu zack dann haben wir das sehr gut unser haus wieder immer größer beziehungsweise immer besser sieht es besser aus gut die freunde ich verabschiede mich an sieben minuten wer will sich diesen scheißen anschauen das frage ich mir auch so und im nächsten part haben wir zwar gleich ein thema aber wir machen halt weiter in meinem haus stört euch nicht ganz genau so nicht so sehr und ja ich muss auch noch was essen und dankeschön fürs zuschauen was gut